In der Tumpe ist Lovakin, Dragonborn! Auf die allgemeinen Daten werde ich daher heute nicht mehr so genau eingehen. Ihr könnt sie ja im Zweifelsfall einfach nochmal ablesen. Also, zurück zum Text. Mein zweites Breakeron spielt im Gegensatz zum ersten nicht mit einer Offensivweste, wodurch es zwar anfälliger gegen spezielle Attacken wird, da er allerdings Zugriff auf seine doch recht nützlichen Status Attacken hat. Der EV-Spray ist hier genau wie bei meinem Offensivwesten-Set, voll auf KP und Angriff. Im Moveset hingegen fallen die beiden Coverage-Attacken für Egel-Sammeln und Schutzstacheln weg. Dieses Breakeron kann im Gegensatz zum Offensivwesten-Set den Gegner richtig gut stallen. Man wirft ihn einfach in einen physischen Angreifer rein und fängt eine Attacke vom Gegner ab und pflanzt den Gegner erstmal mit Egel-Sammeln. Wenn euer Gegner nun mitpflanzt ist, könnt ihr einfach mal eine Runde mit Schutzstacheln ausdallen. Idealerweise greift euer Gegner mit Kontaktattacken an und kriegt damit sogar noch ein wenig Schaden durch die Schutzstacheln. Breakeron sollte jetzt durch Überreste und Egel-Sammeln zumindest wieder so heilt sein, dass er eine weitere Attacke tanken kann. Jetzt könnt ihr mit Samenbomben oder Ableitieb ein wenig auf euren Gegner einprügeln. Ableitieb gibt euch dabei sogar noch ein wenig Extra-Heilung und sorgt dafür, dass Breakeron auch ja nicht umkippt. Solltet ihr euer Gegend zu irgendeinem Zeitpunkt das Pokémon wechseln, dann holt Breakeron lieber aus dem Kampf. Es empfiehlt sich hier sehr stark ein Heatran dabei zu haben, da dieses allen Attacken gegen die Breakeron eine Schwäche hat, wahlweise eine Resistenz oder eine Immunität hat. Versucht Breakeron auf jeden Fall so lange am Leben zu halten, bis ihr alle physischen Angreifer des Gegners rausgenommen habt. Wenn ihr Breakeron spielt, versucht auf jeden Fall Tarnsteine auf das gegnerische Feld zu bringen. Das sollte eure Gegner daran hindern, Flug-Pokémon zu häufig einzuwechseln. Auch Feuer- und Eis-Pokémon werden sich hüten, zu oft in die Steine zu wechseln. An dieser Stelle bieten sich jetzt noch ein bis zwei Spinblocker für das Team an. Zum einen ein Geist-Pokémon, welches Turbo-Drea ins Leere gehen lässt. Und zum anderen ein Pokémon mit Siegeswille oder Unbeugsamkeit, welches man in gut prediktete Auflockern-Attacken werfen kann, um so einen freien Angriffs- oder Spezialangriffs-Boost zu bekommen. Cesurio, Milotic oder ein weibliches Psiaugon bieten sich hierfür sehr gut an. Zu guter Letzt wäre ein Cleric ebenfalls gut für das Team, damit Status-Attacken euer Team nicht zu sehr verkrüppeln können. Aquana, Celebi, Charnera, Pixie oder Nachthara machen hier auf jeden Fall einen guten Job. Das war's jetzt aber erstmal von meinem Brigaron. Jetzt dürft ihr wieder aussuchen, was als nächstes drankommt. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020